Hallo, heute kommt die zweite Idee zu der Action-Swanze, das ist die Luftballone, da habe ich das letzte Mal schon gesagt, die Idee, also die Grundidee hat die Sarah gehabt, meine liebe Tochter, aber vorher ganz ganz kurz, wo habe ich sie? Bei der Stanze da hat mich die liebe Nicole, eine Zuseherin von mir über einen Kommentar informiert, dass da, ich glaube zweimal die war drinnen, ich habe sie umgetauscht können, danke, danke, danke für die Info, weil, ja, ihr habt das wahrscheinlich irgendwann dann erst gesehen, und kein Kassazettel mehr und, ja, deswegen danke, 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 liebe Nicole, und, äh, was soll ich sagen, also, äh, meine Grillkarten-Idee, erstens einmal wird das Video geschaut, bis zum Gehtnichtmehr, also, danke, 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 ähm, und auch die ganzen lieben Rückmeldungen, und, dass euch die Idee so gut gefallen hat, und, ja, also, ich bin hin und weg, ähm, gefällt mir irre, wirklich, gefällt mir wirklich total gut, Gut, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt, was ich vorher sagen wollte, aber jetzt kommen wir mal, ähm, zu der nächsten Idee, eben, was diese Stanze betrifft, ich habe leider noch keine Zeit gehabt, mir die anderen genauer anzuschauen, dass ich vielleicht so, irgendwie so, bing, äh, Blitz-Idee habe, aber wird schon noch kommen, gut, ähm, soll ich euch jetzt zuerst eine fertige Kauten zeigen, oder basteln wir einfach? Ich war ja wieder fleißig, ne, ich habe schon zwei Folge bastelt, ähm, ähm, hm, na, wir basteln jetzt einfach drauf los, würde ich sagen, wir basteln jetzt einfach drauf los, ich habe mir wieder ganz, 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 ganz viel hergerichtet, ähm, einerseits wieder ein Kartenrohling, 13x13, dann, einen ersten Kartenaufleger, das ist wieder das Matt-Gold, ähm, trotz Matt, bringt das mein Licht extrem, äh, in Verwirrung, äh, den habe ich zwölf und halb mal zwölf und halb geschnitten, dann habe ich mir aus einem von die, ich glaube, das ist sogar einer von den ganzen neuen Vintage-Blöcken vom Action, habe ich mir einen zweiten Kartenaufleger, diesen hier, der ist zwölf mal zwölf, also einmal einen halben Zentimeter kleiner, dass ich so 2,5 mm Rand habe, ähm, dann, kommen wir mir eh schon, ich habe mir meine, jetzt hatte ich schon fast gesagt, mein Grillrost, ich habe mir nochmal die Stanze da, einmal ausgestanzt, das mal in so einem Holzpapier, also die Karte soll ein bisschen ins Vintage-Blöcken gehen, habe ich mir so überlegt, ähm, und ich habe im Prinzip, also ich habe mir das einmal in Holz und einmal in dem Fall jetzt in Schwarz ausgestanzt, habe ich jetzt alle da, ich hoffe schon, äh, und da haben wir da aber nur die Zwischensteckerl da drinnen, ähm, jetzt hergenommen, das andere Teil entweder habe ich schon verbastelt oder, na, das muss nur irgendwo mal dumm liegen, keine Ahnung, also nur die, die, die Teile da innen drinnen, das heißt einmal, also wenn es nicht gleichfarbig haben wollt, zwei verschiedene, sonst halt einfach zweimal ausstanzen, dann habe ich mir, ähm, wieder mit den Kreisstanzen da, äh, da passt wirklich, also ich glaube, die, da ist das, ja, da die, die zweitgrößte, äh, die ist ums Kennen größer als wir die Stanze da, und dann habe ich mir eben einmal mit dem und einmal mit dem dritten dann so einen Kreis ausgestanzt, der ist jetzt aus so einer Wellpappe, und da hat eben jetzt auf der Außenseite ist der gesitschte Rand zum Sehen, da ist mir dann klarerweise, äh, der Kreis innen übrig geblieben, der auch gesitscht ist, äh, den finde ich total schön, also den muss ich auch irgendwo mal unbedingt verarbeiten, äh, die Wellpappe, das war irgendein alter Karton, den habe ich halt zerlegt, also da habe ich mittlerweile einiges da, ich finde eigentlich von der Optik her allem recht interessant, muss ich sagen, dann habe ich mir, so, ja, Plätze ausgestanzt, in drei verschiedenen Grüntönen, zwar dunkelgrüne, äh, zwar so mittelgrüne, habe ich allein fünf, ah ja, ich habe allein fünf, okay, zwei dunkelgrüne, zwei mittel und ein so ein eher leuchtendes Grün, das sind auch irgendwelche Action-Stanzen, äh, aber, was nicht mehr wäre, ich habe mal ein Set jetzt leider nicht ausgesucht, das finde ich auch die Schnelle nicht, sorry, ähm, aus dem gleichen Set wie die Blätter, sind da die Bärenzweige, da habe ich mir auch zweimal ausgestanzt und hab da oben drauf, auf die Bären, wieder mit dem, äh, Böll-Clou, sozusagen meine Bären draufgemacht, dann, habe ich mal Blümchen ausgestanzt, die habe ich mal irgendwann, gab es BB-Craft-Kooperation war das, ähm, die habe ich auch schon fixfertig zusammengekleppt, also da kommt dann allein noch ein Stornl drauf, die habe ich mir auch schon hergerichtet, ups, so halbbaulen, ähm, da habe ich auch einmal, also bei der grössten angefangen, dann habe ich da bei der mittleren angefangen, und das sind halt die zwei ganz kleinen, in drei unterschiedlichen Papieren, wobei eben da das Mattgold wieder vorkommt, äh, wo ich auch da eben die zweite, äh, ein zweiter Kartenaufleger damit habe, herrschte, und dann habe ich mir natürlich auch noch einen Spruch hergerichtet, und zwar diesen hier, fühle ich gedrückt, und, das habe ich, habe ich gesagt, das möchte ich probieren, ähm, auf die Bänder draufgestempelt, mit einem permanenten Stempelkissen, habe das halt dann rundherum noch ein bisschen ausgefranst, dass man es von der Größe her passt, aber das funktioniert tadellos, also, ja, für Vintage-Sachen prima geeignet, anders kann das gar nicht sein, gut, dann legen wir jetzt los, ähm, Grundidee von der Sarah war, oder, sie hat halt zu mir gesagt, ich habe halt gemeint, jetzt, schau doch aus, wie du hier hast, und sie, ja, aber du kanntest ja auch das, was da da außen stand, dann wieder so quer ein, und dann sage ich, ach so, du meinst, dass du dann so ein Art Spalier hast, und dann sage ich, ja, genau, gut, haben wir natürlich probiert, hat natürlich auch funktioniert, ähm, und ich wollte es jetzt eben anders farbig haben, deswegen habe ich mir das eben in schwarz ausgestanzt, sonst, wenn es das gleich haben, wälzt, dann kannst du einfach die, was da außen kommen, halt wieder andersrum einstecken, so, die sind jetzt natürlich alle Kreizkrielle durcheinander, aber nicht so schlimm, im Prinzip, geht es jetzt einfach her, mit einem von den kleinen, und geht es halt einmal unten, einmal oben, und dann wieder unten durch, ja, das ist ein bisschen eine Fizzelarbeit, gebe ich offen zu, aber, also, ich bin mit dem Ergebnis echt, gefällt mir, dann ist nächstgrößere, also, wie gesagt, bei mir ist das jetzt alles Kreizkrielle, wenn ich das neu ausstanzt, dann kann es auch das ja gleich richtig hinlegen, ich darf jetzt Puzzle spielen gehen, und da müsst ihr jetzt eben auch, wenn es da anfängt, dann schauen, dass die Richtung stimmt, weil wenn es da jetzt irgendwie anfängt, dann seid ihr da jetzt eben zweimal drunter, und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck, das heißt, ich muss da jetzt von oben anfangen, dass sie eben gegenflecht, sozusagen, ich hoffe, es ist zweimal, ja, wohl, so, dann schaut das so aus, also, ich bin jetzt, da bin ich oben drüber, und da bin ich unten durch, und das macht man im Prinzip, jetzt einmal mit alle, das heißt, unten durch, oben drüber, unten durch, oben drüber, unten durch, und wenn es dann mit oben drüber nicht mehr ausgeht, dann einfach so ungefähr, da hinschieben, ups, ja, jetzt muss ich aber gleichzeitig denken, und reden, ach, und werken, manche wissen, die YouTube machen, wie schwer das ist, vor allen Dingen, wenn das Teil dann nicht dahin will, wo ich eigentlich kaum mache, so, es misst es im Prinzip, von den Abständen her, also, so wie es da eben auch ist, dass halt da, der Abstand gleich ist, als da, wo es ausgestandet ist, dann geht sich das auch mit den Dingen aus, ich werde jetzt ohne Kamera weiter einfadeln, ich glaube, das Grundprinzip habt ihr jetzt verstanden, also einfach allem eins oben drüber, unten durch, und das andere dann eben gegengesetzt, dass das dann so ausschaut, mache ich jetzt, ich glaube, da braucht es mir jetzt nicht zu schauen, weil da werde ich wieder ein bisschen länger brauchen, vor allen Dingen, wenn es ein Fuchsen dort, und da bin ich glaube, da bin ich wieder, das schaut jetzt so aus, so irgendwie wie ein Korbgeflecht, oder eben auch, wie ein Spanier, und das ist jetzt im Prinzip alles nur reingesteckt, und ich bin jetzt eben hergegangen, und habe mir da, bei denen, was da oben auch her, habe ich mir einfach da unten, ein Kranztropf, oder Kleber reingetan, wenn man Kleber gehen wird, gehe was ich jetzt schon wieder da, jetzt kommt sicherlich voll der Schwall raus, nein, ein Kranztropf, oder Kleber, tunte eine, eben bei denen, was oben auch her, kurz drauf drucken, das hört auch noch herum auf, das werden wir dann eher unten festkleben, auf der anderen Seite mache ich das auch so, nicht nur einfach, dass es im Prinzip nicht mehr ausrutschen kann, aber ja, eine reine Vorsichtsmaßnahme, ich habe jetzt nicht, dass irgendeiner mit der Kauten, so will man rund, dass die spaliert, die müssen wieder ausrutschen, weil sie gehen teilweise schon recht schwer an eine, also das ist wirklich, ja, ein bisschen eine Geduldsache teilweise, ich habe mich jetzt eh bei Ohren, ich glaube, dann eh schon beim übernächsten, da bei den mittleren, habe ich mich eh schon wieder vertan, habe es aber nicht gleich gesehen, habe dann die weiter gemacht, und auch dann ist es mir aufgefallen, ja, dann kannst du die natürlich alle wieder ausrutschen, weil, ja, das alleinig nutzt nichts, weil dann die anderen ja vielleicht wieder alle verkehrt rumrein sind, verlautert, dass ich es jetzt einfach so schnell, schnell machen wollte, dass ich gleich fertig bin, obwohl ja eh keine Kamera gelaufen ist, aber ja, und dann drehen wir das um, und die, die was hinten aufhören, im Prinzip, die gräbeln wir jetzt halt hinten, ein bisschen fest, und die, die was irgendwo, so in der mitten rein, auch hören, ja, die hören halt dann da in der mitten rein auf, im besten Fall sind sie unten festgeklebt, oder eh oben, also wenn sie irgendwo kleben, und sonst wer gesagt, ich glaube, jetzt sind das irgendeine mit der Kraut, und so wie die man rumtut, dass euch da die, äh, Straffeln wieder rausgedruckt, kann ich mir jetzt nicht wirklich rausstellen, so, dann drehen wir es da auch um, und tut jeder noch, muss da noch sein, und somit ist, denke ich, jedes irgendwo zumindest einmal gekleppt, so, ups, weil ich es gerade so in der Hand habe, so würde die schwarz-weiß Kombi ausschauen, finde ich auch sehr interessant, das ist eben total witzig, je nachdem, was für Farbe du da nimmst, das schaut jetzt mal komplett anders aus, und natürlich jetzt, wenn man jetzt nur rein das Geflecht da so nimmt, da gab es ja auch schon wieder zig Möglichkeiten, das irgendwie anders zu verarbeiten, ähm, ja, ich habe mich jetzt halt für ein Blumenspalier entschieden, so, wie gesagt, das habe ich jetzt überall ein bisschen festgeklebt, das kriegt ja dann auf der eigentlichen Kraut dann auch nochmal fest, also, alles halb so wild, dann nehmen wir meinen Kreis und bring da einmal rundum Kleber auf, also, ja, gut, legt es dann da drauf, und wie gesagt, der ist im Scannen, wirklich, also, das ist, was er nicht, ein halber Millimeter, ist der jetzt größer, wie man ich spalier, aber somit ist der Rand außen komplett abgedeckt und auch das innen, und da, da, drücke ich das jetzt einfach alles gut fest, so, und dann schaut das so aus, gefällt mir in der Farbkombi auch wieder irre gut, so, und dann geht es im Prinzip eh schon an die Deko, wie gesagt, ich habe mir da jetzt fünf Blätter hergerichtet, kennt es auch alle in der gleichen Farbe, ich wollte sie halt in drei haben, dann eben da die Zweigeln und meine Blümchen, und die kann ich mir jetzt im Prinzip einfach da mal locker in mein Spalier reinstecken, und wie denn morgen, dass sie es gern haben, mehr hat, ne, so, stecken wir da daneben, und das tun wir auch noch, das tun wir da her, im Hinblick natürlich immer da drauf, dass es da nicht was gut wie drüber steht, aber ich meine, ich habe jetzt 13 mal 13 Krauten genommen, also von dem her, habe ich da eh schon weniger Probleme, als wir auf einer A6 Karten, das Einzige, was eben aufpassen muss, ich mache da unten meinen Spruch auch hin tun, dass wir den nachher natürlich nicht mit irgendwas verdecken, also das heißt, das Blattl muss ich da weiter oibieren, also ich glaube, so werde ich das eh lassen, dann stecken wir nur die Bärenzweige ein, und ich lege mal jetzt mal professorisch meine Blümchen drauf, damit ich dann einfach sehe, wie es denn dann allgemein ausschaut, da her oder da her, ich glaube, das tu ich dann da her, ja, also so würde das dann ausschauen, jetzt merken wir jetzt, dass die Blume, groß, ich lege mir die jetzt auch einfach da so her, so, dann weiß ich das noch ungefähr, und jetzt hebe ich mir das vorsichtig auf, tue das dabei weg, und versuche das so umzudrehen, dass das auch ungefähr da bleibt, wo es ist, ja natürlich fliegt noch da das Blattl jetzt aus, und jetzt geht es auch einfach wieder her mit dem Kleber, auf der Rückseite eben, und kleppt es die Blätter, da einfach punktuell hinten fest, also einfach den Stängel da ein bisschen aufheben, irgendwo Kleber aufbringen, und die Blätter dann wieder runterdrücken, oder in dem Falle Stängel, ja, es ist ein bisschen eine fummelige Geschichte, als miteinander, aber, ja, das ist jetzt halt wieder mal ein bisschen eine aufwendigere Karte, so, ich habe jetzt im Prinzip überall Kleber drauf, und jetzt gehe ich wirklich her mit den Händen, und drücke das einfach alles einmal rein, so, so wird zwar meine Finger voll klebern, aber sei es drum, also wie gesagt, ich klebe das Teil ja dann sowieso noch einmal da drauf, und dann kommt noch einmal Kleber drauf, also, alles halb so wild, es hält jetzt zumindest einmal so ein halbwegs, wo es hin soll, oder wo man es gedacht hat, ich kann es jetzt sogar noch relativ leicht, verschieben, weil ja wirklich nur so ein Punktkleber drauf ist, so, dann gehe ich schon an die Blümchen, und da tue ich mir jetzt einfach da in die Mitte, Kleber drauf, also je nachdem, was ihr es für welche habt, müsst ihr halt dann schauen, wie es am besten festklebt, sonst kann man die ja eventuell mit Formtape, mit einem Punkt festkleben, oder mit so einem kleinen Straffwelle, oder mit dem Viereck, aber ich tue mir da einfach ein bisschen an Kleber rein, klebe die jetzt auch ein bisschen über die andere drüber, und das kleine Puzzle braucht dann ein bisschen kläber, jetzt habe ich natürlich da, geht natürlich hinten durch, ist ja klar, und jetzt habe ich nix da, nein, ich habe nix da, okay, dann müssen sie die Finger ein bisschen festdrücken, aber lasst sich ja alles leicht wieder abwaschen, ist ja halb so wild, Kleberfäden habe ich auch überall, ich denke, ich denke, das passt, wenn wir schnell den Kleber ein bisschen runterruppeln da, so, jetzt lasse ich das einfach mal so ein bisschen trocknen, und dann können wir da dabei die Kautenaufleger draufkleben, und dann gehen wir auch mal her, auch machen sollten halt, das klingt nix außer, und das klingt trotzdem nix außer, ja, ich habe den gestern schwer in Verwendung gehabt, und nicht sauber gemacht danach, so, Kleber drauf, jetzt rinnt er natürlich, ich hasse das, ich hasse das so, wenn der Kleber so nachwind, wo ist meine Spechte, ja jetzt, Anna, sie kann sich nix mehr verstecken, ich lege sie immer sofort, auf ihrem Platz zurück, dann hat sie keine Chance, ich finde sie immer, also jetzt lassen sie da, ich brauche sie klein, aber sie kann sich nicht mehr verstecken von mir, so, das klebe ich jetzt da drauf, dass sie eben so meine zweieinhalb Millimeter Rand habe, da fahre ich jetzt nicht mit dem Falzbein drüber, weil, ich weiß nicht, ob der Karton das vertrag, weil das ist eben so ein mattgold, der gefällt mir irre gut, dann habe ich es meiner Schwester geschenkt gekriegt, und die da die Seite oder die Seite, das war es jetzt nicht mehr, hm, das tat schon cool auch schon mal, da haben wir da das Muster noch mit drauf, ich weiß gar nicht, ob ich die oder die her nicht mehr kann, ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen, ich habe es jetzt auch beim Umtraining gesehen, wow, das sind ein paar schöne Seiten, also, ja, und ich habe gerade durch da, nein, nein, also, das wird jetzt wieder so eine Klebergeschichte heute, ach gut, jetzt hat der LKW wieder vorbei, ich hoffe, es ist nicht zu laut, wir haben momentan so ab 6,5, 7 in der frühen, ja, recht starken LKW-Verkehr, weil bei uns die, äh, die Straßen renoviert werden, und die Hangmauer machen sie rein, also Gemeindestraßen ist das, ja, und die fahren da von 6,5, 7 in der frühen weg, fahren die mit den LKW auch und auch die Erden abtransportieren, ganz lustig, überhaupt, wenn du um 2 zu schlafen gegangen bist, aber mei, vier Wochen, glaube ich, so ist es gehen, und dann haben wir wieder unsere Ruhe, so, aber das schaut schon cool aus, weil da ist auch wieder so leichter, so leichter Geldtum drin, ich muss gehen, wie das sieht, mit meinen Lichtern, aber, gefällt mir gut, so, wie gesagt, das soll dann daher, äh, so habe ich es zwar davor nie gelegen gehabt, gell, weil da habe ich halt das mit dem Blatt gemacht, aber so gefällt mir das ganz gut, so gefällt mir das ganz gut, das heißt, jetzt war ich einmal das aufkleben, ähm, ich habe es bis jetzt nur gestempelt, ja, mit, mit der permanenten, ähm, aber ich habe es noch nicht versucht aufzukleben, das hat die vielleicht vorher testen sollen, mein Gott, na, wisst ihr, wie ich das jetzt mache, ha, wo ist mein doppelseitiges Klebeband, da kommt dann wohl gar nichts schief gehen, nur die Mohnen, außer dass es, höchern wieder hoch geht, ähm, ich habe ja auch schon wieder nicht, ich war es nicht da, ich habe gestimmt, mein Tisch aufkramt, weil ich sehr viel Platz gebraucht habe, also aufkramt, ich habe alles weggekramt, weil ich eben sehr viel Platz gebraucht habe, äh, für mein neues Projekt, das ich gestartet habe, ja, jetzt finde ich nichts mehr, aber, den da wenigstens, ne, den muss ich jetzt gleich wieder da hinten zurück einlegen, nein, trocknen lassen, sauber machen, und dann hinten einlegen, und ich weiß, habe ich, äh, die ganze Farbe von den Händen, aber direkt schon schaute ich heute ein Video, wieder mit bunten Händen, das letzte Mal war ja ein Schlumpf, das geht nicht so gut, was soll ich jetzt, kriege die Folie nicht, aber, ja, als letztes Mal war ja ein Schlumpf, heute war ich so richtig schön bunt gewesen, aber ich habe alles weggekramt, ich klaue mir da jetzt einfach einmal die Waschpaste, die ist eigentlich in der Garage draußen, du kriegst so, ja, wenn du beim Auto halt immer dumm tust, so Schmierfett, Kaffel und Zeug, das kriegst du alles weg, aber, das ist ein Wunderwerk, äh, gegen sämtliche Farbreste, die man an die Finger hat, also, da brauchst du gar nicht lang schruppen, zack, bumm, ist alles gut, so, ja, das wird jetzt natürlich etwas verzogen, aber es geht, ja, obwohl ich gehabt, das hält so ganz vernünftig, also, ich zeige euch das, doppelseitiges Klebeband, ich habe mir keine Ahnung, wenn ich da, das ist ja löchrig, und wenn ich da jetzt ein Flüssigkleber drauf tue, habe ich halt die Befürchtung, dass man den da durchdruckt, ne, das ist genauso mit jedem anderen Kleber, so, so, wird es mal wahrscheinlich auch durchdrucken, aber mit dem, das funktioniert ganz gut, so, und dann, brauchst du im Prinzip jetzt nur mal das Spaliergitter aufkleben, ähm, das werden wir jetzt auch mal mit Formtape machen, das werden wir jetzt mit Formtape machen, ähm, das tue ich mir da aber gerade noch, da hinten einfach die Blümchen, einfach über alles, nochmal ein bisschen an Flüssigkleber, das ist ja vorsichtig besser als Nachsicht, weil dann kann, da nichts mehr runterfallen, so, und da wäre jetzt einfach gleich, wie damals bei den Grillkarten, da rundum einfach so schmale Strafälen anbringen, und jetzt habt ihr mal vorstehen, hinein geschnitten, aber dann erforscht, ich denke, sechs ist da lang und in die Mitten einig, du jetzt auch einfach noch, und so strafen punktuell, da wir jetzt halt kornflüssigkleber hinterher, kornflüssigkleber, zweimal, dreimal, das finde ich natürlich auch genau, in Klee reinig fand, wie soll es denn auch anders sein, und viermal, so, und dann pfitzeln wir uns das Ganze zeigt, da aber, das mag schon wieder nicht, so, und meine Perlen darf nicht vergessen, ich muss die Perlen noch in die Blümchen rein kleben, das hat ja eigentlich rein theoretisch davor schon tun können, aber ich habe es vergessen, die liegen da ganz hinten, und ich habe sie jetzt so in Augenwinkeln, habe ich sie gesehen, so, habe ich jetzt alle, ja, gut, und jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wie es klemmelt, so, oder, ja, dass die Antplatten da aber gehen, jetzt ist es jetzt auch gleich, dass das da ein bisschen drüber steht, äh, gefällt mir das eigentlich ganz gut, und wie gesagt, die Perlen müssen wir noch drauf tun, upsala, ähm, die kleben nicht sonderlich gut selber, wenn ich grau kommen, also, bei der, ja, bei einer von den anderen habe ich sie auch hierher genommen, und ich glaube nach einer halben Stunde sind sie sich über die Ohren geflogen, dann habe ich sie mit Flüssigkleber festgeklebt, und seitdem pflanzt sie drauf, das heißt, ich kriege ich gleich mit Flüssigkleber, also, einfach ein bisschen an Kleber rein, und dann die Perle da in die Mitte einsetzen, kannst du natürlich auch Stornl nehmen, oder, äh, ja, was euch halt gefällt, oder wenn es Blümchen habt, wo sowieso ein Brütenstempel mit zum Ausstanzen ist, kannst du den natürlich auch da reinkleben, so, und geschafft, meine zweite Idee zur Luftballonstanze, also meine Saras Idee, die ich dann sozusagen, ähm, als spandiert definiert habe, und jetzt auch so gearbeitet habe, ich hebe es auch jetzt mal weiter auf, und, ja, durch die Goldfolie, und den, Böllglue, schimmert es halt richtig schön, da habe ich einen Leinen Cardstock wieder verwendet, für die Blümchen, ja, Vintage mit ein bisschen Bling, Bling und Schimmer, ähm, also, mir gefällt sie gut, und wie gesagt, man kann mit dem Teil, wenn das so gefluchtet ist, sich auch noch andere Sachen machen, könnt's mal gerne in die Kommentare schreiben, was euch da so einfällt, weil bei der, bei der, äh, äh, Grillkauten, ich war, ich glaube, vorhin haben uns eine geschrieben, dass man da ja im Prinzip, auch wenn man die Kohle nicht festklebt, eine Shaker-Kauten draus machen kann, kaufkommen wir das, ähm, das ist jetzt halt einfach eine Erweiterung von der Idee, die ich gehabt habe, und, jetzt zeige ich euch noch die zwei andere Kauten, die ich gemacht habe, einmal habe ich die da gemacht, da habe ich auch wieder mit Holz, also, so wie bei dem, aber mit Orange dahinter, mit einem kraftfarbenen Ring außenum, da habe ich auch andere Blätter hergenommen, Blümchen und die Bernzweige sind komplett gleich, und, ja, das halt eher so ein bisschen mehr in Pink, und, als, sag ich jetzt mal, Kontrast hinten drin, eben das in Orange, da habe ich noch keinen Spruch drauf, dann, also, ich habe da Platz lassen, ich weiß noch nicht, für was ich die hernehme, deswegen ist da noch kein Spruch drauf, genauso wie bei der anderen, das ist die da, da habe ich, ähm, im Prinzip, das, was man vom Grillrost überblüm ist, die silbernen, habe ich da eingearbeitet, in Kraftpapier, ähm, habe einen schwarzen Ring außenum mal getan, und, und, habe da halt so in rosa-blau Tönen, und da ist immer silberne Perle in der Mitte drinnen, den man dann wieder zum, äh, zu den Strafen hinten drin passt, und da habe ich auch wieder andere Blätter verwendet, und Blümchen und die Beeren sind die gleichen, ah, die schien nöger, schien durch silber, ähm, ja, das war's dann, zweite Idee, zur Luftballonstanze, bin ich gespannt, wie euch die Idee gefällt, wie gesagt, es ist ein bisschen fummelig, äh, da die, die Stränge wieder retour, äh, quer reinzuschieben, ähm, also, ich habe es jetzt bei der Karte als dritte Mal gemacht, und, ja, es sind so einfach so gewisse Stellen, wo du dich dann verhäcklst, oder sonst was, aber einfach nicht aufgeben, alles schön mit der Ruhe, und, das kriegst du es ganz locker zusammen, wie gesagt, äh, fünf Minuten kaufen, das mal, ähm, sondern ein bisschen aufwendigere, kann man auch garantiert irgendwie, wenn man das so, ja, so was kann man auch mit dem richtigen Spruch drauf, auch ohne weiteres zur Hochzeit verschenken, würde ich jetzt sagen, oder einen runden Geburtstag, war das auch schön, goldene Hochzeit, was der Kini, du hast alles, also so Blumenkauten passt ja im Prinzip zu sehr vielen Sachen, und wenn die dann eben so ein bisschen ins Vintage schicken geht, dann ist sie sowieso gleich mal für näher geeignet, und die so zum Geburtstag oder so, ja, warum nicht da, ich darf mich freuen, wenn ich so schöne Geburtstagskarten kriege, ja, ähm, dann war's das für heute, die Sarah kriegt nochmal von mir jetzt ein dickes Herz, weil ich weiß, dass die sich dann das Video anschaut, für die tolle Idee, die sich da so, tschak bumm, siegt die Stanze, äh, und sagt, ja, das kannst du ja da, also, super Idee gewesen, ähm, ja, ich hoffe, euch hat's auch gefallen, und, ähm, ja, ich würde mich freuen, wieder über recht viele Kommentare, so wie beim letzten Video, also, ich bin jetzt, wie gesagt, immer noch hin und weg, wie super das Video bei euch ankommt, und auch die Karten, und, ja, das würde mich interessieren, was zu der Idee sagt, wie gesagt, zu den anderen Stanzen, habe ich mich jetzt noch nicht so intensiv damit befassen können, ähm, weil ich momentan einfach wieder so einen Haufen, äh, an Sachen zu erledigen habe, jetzt, allgemein, also, beruflich, privat, äh, und, äh, basteltechnisch, also, wenn man jetzt alles wirklich zusammen nimmt, und, ja, egal, werden wir schon alles um mich zusammenbringen, gut, äh, ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, was auch immer es hat, äh, und, ja, dann sehen wir uns, wenn es wollt, im nächsten Video, tschüss! Bis zum nächsten Mal!